Die Personalsituation ist nicht ganz einfach auf dem Rhein. Vor allem fehlt es immer wieder und seit einiger Zeit schon an Schiffsführern, ausgebildeten Mitarbeitenden, wo Schiffe führen können. Die Binnenschiffe sind auch ein Verkehrsträger, der einen Mangel an qualifiziertem Personal nach wie vor hat und will sich deshalb auch dafür einsetzen, dass junge Leute für diesen Beruf in der Binnenschifffahrt sich entscheiden und eine Karriere in der Binnenschifffahrt auch anstreben. Was wir nastreven, ist, dass es für den langen Termin eine Binnenfahrt ist mit voldoende personeel, voldoende gekwalificeert personeel und voldoende Strom von personeel auf einem Level-Playing-Field in Europa und dafür verbessern wir die Qualifikation, stellen eisen an die Opleidingen die sie stellen, waardoor er auch ein schnellere Strom stattfindet, die für alle Menschen tot eine mooie, spannende und ausreichende Beroepsgroep leidt. Bis zum nächsten Mal! Sollte das? Vielen Dank.